Kurzstreckenflug Danke schön Schönen guten Abend meine Damen und Herren Mein Name ist Flavie Egli und ich bin Ihre Chef der Kabine Im Namen von Kapitän Nikolaus Oppliger und seiner Besatzung möchte ich Sie recht herzlich willkommen heißen auf diesem Airbus A340 der Edweiss Dieser Flug wird auch in Zusammenarbeit mit Swiss durchgeführt Die Flugzeit heute Abend nach Zürich beträgt ca. 2 Stunden und 50 Minuten Die gesamte Besatzung wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord Mein Name ist Flavie Egli und ich bin Ihr Chef der Kabine On behalf of Commander Nikolaus Oppliger und his crew I would like to welcome you on board this Airbus A240 of Edweiss This flight is also operated in cooperation with Swiss The flight time this evening to Zürich will be approximately 2h50 Minuten The whole cabine crew wishes you very best to stay aboard Uncomplex is switched off The use of YFB is prohibited during the entire flight Larger devices such as laptops must be stowed away safely for taxiing, take-off and landing Please inform the cabin crew immediately if your electronic device or screen gets damaged, hot or produces smoke In case you should lose your electronic device in your seat Do not move the seat and contact the cabin crew immediately Hand luggage is to be stored in the luggage compartment or under the seat in front of you We would like to remind you that all our flights are not smirking flights Smirking imitating and alternative products are also not permitted In a few moments we are going to show you a film about safety on board Thank you for your attention Ladies and gentlemen, my dear and dear and dear and gentlemen Herzlich willkommen im Flieger von Rodos Zurich in die Schweiz nach Zürich On board of Edweiss Airlines im Flieger Airbus A340 Welkommen to the fly from Rodos, Greece To Zurich International Airport with Edleweiss Der Graf ist heute A340 Wir haben gut eine Stunde Verspätung ab Rodus Das wahrscheinlich wegen Gewittor in Zürich Mit einem Delay von 1h Jetzt kommen wir zur Start-Line Jetzt 20, 4, 10 Wir haben jetzt 20, 10 Kondorf-Land Jetzt kommen wir zum nächsten Mal Jetzt kommen wir zum nächsten Mal Jetzt kommen wir zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 22 Kilometre zu Switzerland. 22 Kilometre zu Deutschland. Das ist gerade ein landendes Flugzeug, der Kraft ist landing, und wir sind bereit für eine Minute. Eine Minute geht los. Hier gerade nochmals ein Flieger, der landet. Danach gehört uns die Piste. Das ist ein Flieger. Das ist ein Flieger. Das ist ein Flieger. Das war's für heute. And let's go, Cuba in Grotos, thank you and Feliz to Grotos. We are now with the hair, we are in a dimple cluster. And let's go. 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 And let's go.